moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt sie eine runde shakes & fidget und heute bin ich nicht alleine am start heute habe ich noch einen ganz besonderen gast bei mir zu hause denn ich habe mir den junior eingeladen herzlich willkommen servus ja ihr seht ihn bereits schon über mir in der facecam da ist er am start und was sollen wir sagen eigentlich hatten wir das ein bisschen anders geplant gehabt wer uns verfolgen sollte wir hatten zum letzten legendary dungeon eigentlich versprochen gehabt dass wir unsere challenge noch mal wiederholen und zwar dass einer von uns beiden einen zero death run im legendary dungeon schafft das hatten wir aus zeittechnischen gründen leider zum letzten ld nicht hinbekommen weil wir es beim vorletzten ld nicht geschafft haben ja und dann haben wir uns überlegt so wollen wir vielleicht so ein bisschen ersatzmäßig was machen für die leute so jetzt haben wir zu denen zwar kein stream geboten wollen wir dafür ein video machen so das war zum zum ld zur weihnachtszeit irgendwie pipapo rum ja dann haben wir hin und her geschrieben so dass das und das machen dass das und das mal ja okay ja dann ist das daraus geworden dann haben wir auf krampf versucht ein paar konzepte ein paar themen zusammen zu würfeln so für ein video das haben wir dann auch wieder über den haufen geschmissen so dann haben wir irgendwas anderes versucht dann ist die orga nicht hat nicht geklappt dann hat der termin nicht geklappt und heute setzen wir hier am 19 ersten jahr auf krampf gerade so der eine seit vier uhr morgens wach der andere weiß nicht seit wann du wach bist aber auch schon den halben tag irgendwie komplett im arsch ja und jetzt nehmen wir hier das video zu zweit auf jetzt aber ich hoffe wir kriegen das trotzdem einigermaßen für euch so hin und ich denke mal das wird gut das kann nur gut werden wenn wir beide in kombo hier am start sind absolut absolut aber tun ich wir müssen auf jeden fall zum nächsten legendary dungeon das irgendwie packen diese zero def run challenge hinzubekommen ja safe und wir müssen die auch packen also dieses mal muss es dann auf jeden fall darum gehen dass wir das auch wirklich schaffen letztes mal haben wir abgebrochen ja dieses mal ich weiß noch alter letztes mal war so gestört ich weiß nicht ist das ding eigentlich noch online es ist noch online ich habe sogar ein video dazu gemacht ist danach wir haben glaube ich in summe also du und ich irgendwie so um die 90 runs gemacht und ja innerhalb von ich glaube zehn bis zwölf stunden ich glaube wir haben ein bisschen über zehn stunden gestreamt und ja das hat keiner von uns beiden geschafften zero def run in der zeit zu schaffen ich glaube ich habe schon vier zero def runs insgesamt wie fährst du ich glaube ich glaube ich glaube zero alter ich glaube bis heute noch keiner einzigen geschafft ja perfekt du warst ja auch derjenige der immer das dreieck nach oben gedrückt hat ja das ist eine psychose aber das kriege ich mittlerweile ganz gut hin ich sag's dir das geht das geht also ich glaube nächstes mal gehe ich da ein bisschen vorbereitet da rein das sag ich dir ja das ist sehr gut dann habe ich schon mal ein gutes gutes gewissen beim nächsten ld dass mein teampartner nicht ganz so arsch ist ja ich glaube das wird gar nichts aber ich saß krank man ich hab da letztens so dran gedacht keine ahnung ich bin da wir hatten ja mal kurz pause und dann bin ich irgendwie so um drei uhr nachts oder so zum zu einem späti hier so gelaufen hat mir irgendwas geholt damit ich ein bisschen klarkomme junge das war wilde zeiten also für das heutige video wir hatten eigentlich ursprünglich gedacht dass wir sowas wie eine ach scheiße der umbombs alter wir haben ja wir haben ja hier server merchen aber da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen grüße wir haben eigentlich der ist auf 1 sorry ich sehe gerade der um uns ist da auch auf 1 ist das schon f8 das ist f9 und umbombs war ursprünglich auf s32 und mein main ist ja auf s31 so kann die server wurden jetzt gemerkt und das geht übel ab hier also ist richtig krank ist ja jetzt gerade ja 45 stunden nach server merch also dass das reiht sich alles hier nachher so und so nach und nach ein ja wer bleibst du in der gill jetzt mal direkt zu fragen ich ja tatsächlich ja also wir wir haben glaube ich neun leute oder so die abgeworben werden sollten aus keltig und jeder hatte gesagt nein also wir haben ja sehr sehr gildentreue oder gildentreue member sag ich mal und wir wollen auf dem server auch wenn horizon hier mit der führung von basi die spitze übernehmen wird auf jeden fall versuchen wir trotzdem dann noch zumindest als platz zwei oder vielleicht platz drei gilde uns noch zu manifestieren und noch zumindest ein bisschen konkurrenz auf dem server hier zu schaffen weil ansonsten haben wir wieder das gleiche problem wie vor merch wir haben eine mega gilde und der rest ist halt dann ja sehr weit abgeschlagen so kann man betrachten wie man will weil auf den konkurrenz total geil ich finde es auch übel gut also ich feiere das auch total ist mir scheißegal ob wir nun auf platz eins sind mit keltig oder nachher horizon auf platz eins ist weil die repräsentieren ja unseren f9 server dann und da werden wir dann sehr geile fights gegen die endgegner dann haben ich sehe mich quasi auch so ein bisschen stückweit als mitglied von horizon weil ich ja mitglied von f9 bin und die gehen halt für unseren server an den start in der ehoff liste und kämpfen halt dann gegen die endgegner das wird halt krass ja die gehen rein für den verein sagst du auf jeden fall also unser server f9 wird auch definitiv stärker als phoenix werden wo du ja glaube ich auch drin bist ne 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 ich bin oder ritter das andere genau bei bei immer auf der ewigen zwei das sag ich dir das ist krass ne ich habe das auch letztens irgendwie im stream gehabt so da haben wir darüber geredet wie viele welten es gibt wo du halt einfach nur in der ehoff die erste gilde siehst aber die zweite und dritte die halt auch todes krass sind die siehst du halt gefühlt nie ne ne und das ist wie mit s1 so ritter das andere kennt so jeder auch durch den elevator immer ja da sind wir immer auf eins aber die siehst ja nie das ist es ist auch ein bisschen schade irgendwo ne ja safe safe und ich bin mal gespannt wie es sein wird da würde ich mir auch ganz gerne mal deine meinung zu hören weil das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen weil du ja auch in der top gilde bist durch ritter der ritter des anduril und ich habe immer struggle den namen auszusprechen ganz einfach mal bypass gilde sagen wenn server 1.de bis server 4.de fusionieren was ist deine prognose werden da leute mega krasse gildenfusionen durchführen oder glaubst du jede gilde wird da noch für sich spielen weil jede gilde für sich ja auch eine brecher gilde ist an sich ja ja also ritter der anduril und phoenix das sind ja zwei top kranke gilden die kannst du ja fast gar nicht fusionieren weil da jeder spieler den kannst du du kannst keinen spieler auswechseln da oder ja ja das problem ist halt so auf den welten die leute sind halt so krass und ich könnte mir vorstellen dass du halt oft das problem hast dass die halt weiterhin dann in ihren gilden verweilen wollen weil die natürlich auch nichts aufgeben wollen aber du siehst das ja in f8 zum beispiel ne da gibt es jetzt so die gilde vom werner hier vom w70 so und der war ja mit der einzige der gesagt hat komm wir machen jetzt hier die power gilde und deshalb haben die den server glaube ich dominiert ne ja also so und wenn wenn das halt passiert okay aber ich glaube erstmal knallen da erstmal ein paar fronten aufeinander ne so würde ich sagen und das wäre funny weil ich spiele auch auf s2 und dann welcher bei einer fusion mit zwei accounts ja das gab es ja öfter schon in der vergangenheit ich glaube gerade hier auch auf dem server da haben wir hier da haben wir das beste beispiel ja raune ja ja zwei zwei accounts in derselben gilde zwei top accounts also das ist ja auch heutzutage kein problem mehr alles weil er auch immer kreis haben so wie ist das mit mehreren accounts dann auf dem selben server in derselben gilde und so ne aber ja geht alles heutzutage auch die gorgos gilde mit den ganzen gorgos drin ja ich wollte ich wurde heute schon bedroht auf mein main hier mein main hat schon bedroht warte mal wo ist er denn hier hier guck ihn dir an ja das ist gut ja das ist gut da müssen wir uns noch in acht ne heute ja ich glaube auch dass wir die die naja der kommt von hinten wie ein ja weiter geht ja genau also wie gesagt dass das video hier heute sollte eigentlich jahresrückblick werden ja ich habe es jetzt schon bald februar also wie gesagt wir haben ich habe in meinem leben wirklich mit mit vielen leuten schon außer aus dem content creator bereich so shakes und fischer schon echt viele videos gemacht aber bei der organisation da hat es echt vorne und hinten geknallt ich habe das noch nie erlebt dass es eine absprache so arsch war dann die termine verschoben noch mal dann wurde wurden die themen ja ach komm ich habe schon alles über den tisch hier ne also das war echt drunter und drüber aber habe ich mir schon ein bisschen drüber lustig gemacht muss ich sagen aber richtig richtig fanny auf jeden fall die leute sollen mal in den kommentaren schreiben was die uns für eine schulen und schulenote geben würde würde denn alter von eins bis sechs ja wie findet ihr hier unsere präsentation die wir so vorbereitet haben ganz sprach hier der tunie hat sogar noch richtig auf schnelle welle hier noch die themen so auf 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 so so undercover noch so vorbereitet hier so hier guck mal ich habe was habe was gemacht so das ist so schlecht ich würde das ist so schlecht weil mittlerweile kam das so vor wie so ein vortrag den wir jetzt vorhalten müssen jetzt haben wir endlich mal zusammen einen termin gefunden und dann haben wir jetzt aber ja du ich habe gar keine themen hier irgendwie ja ich habe eigentlich auch nur ein thema was ich dich so befragen wollte eigentlich kam das dadurch weil ich halt so ein bisschen dich befragen wollte er was wie wie hoch gott meine bild ja und deswegen ja stehen wir heute hier so da wie zwei schüler die gerade ein vortrag vorhalten vor der klasse und eigentlich gar nichts für dafür ausgearbeitet haben und über der zeit dafür genutzt haben irgendwas zu zocken oder so aber sag mal also wir können ja eigentlich mal jetzt wo wir gerade darüber reden wie findest du denn also wie ist jetzt die meinung zu den fusionen weil wir haben ja ewig darüber geredet und jetzt kommen sie ja ja und wir haben jetzt schon einige was ist so deine meinung generell jetzt dazu läuft es gut bist zufrieden also ich habe tatsächlich gar nichts gegen die fusionen auszusetzen im gegenteil ich bin hoch überwältigt davon also meine freude heute die ich auch ich hatte um 16 nur direkt ein video dazu aufgenommen zur fusion des servers hier also es war echt nicht in worte zu fassen das einzige was so ein bisschen wo ich das gehört hatte ist aber halt nur durch hören sagen das weiß ich ganz genau bis zu welchen server es ging es gibt ja diese diese server codes die die man einlösen konnte die ja jeder bekommen hat bis er auf ich glaube die ersten server ich glaube f1 oder so hat er das nicht und das waren ja richtig kranke codes gewesen mit unter er und das war es ist so ein hat so einen kleinen bitteren beigeschmack ich hoffe die werden noch irgendwie so ein bisschen entlohnt anderweitig weil das ist ein bisschen lay muss ich sagen weil 200 pilze ist schon echt krass auch die ressourcen und so ne ja ist ja auch geben wir gehen mal in die taverne einmal ich bin gerade nebenbei schon schon dabei hier warte mal hier wolltest du den code raussuchen oder ich meine ich meinte in game taverne ich finde dass das event also wie das event aussieht finde ich so nice ja ich wollte nur noch mal ganz kurz den code zeigen hier das ist das halt was den ich weiß nicht bis zu welchen server es ging das fand ich halt ein bisschen schade aber ansonsten ist es halt eine riesen bereicherung hier übrigens schon die können wir auch gleich im video zeigen hier die server für die nächsten server fusion fusion 13 s1 bis s6 polen wp polen noch hierbei dabei dann die nächste w die nächsten w-welten auch sehr interessant 15 bis 21 fusion 14 das ist so krass dass wir schon da sind dann ja das ist die geben jetzt richtig gas die ging jetzt richtig stoff hier und dann fusion 15 noch mal wo ein tschechischer server und sk server ein das sk ja weißt du was guck mal also die taverne also muss ich dir zustimmen das design ist wirklich richtig geil also das hat das das haben auch wirklich nur die leute die halt in der fusion damit am start ja 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 das ist echt krass ich meine ich hatte ja wir haben ja also keine ahnung ich bin glaube ich auf f4 fusioniert worden weil ich mal ein bade gestartet habe auf türkei boah lass mich nicht lügen tier 5 türkei 5 war das ja da habe ich in baden gestartet und der server war halt so also die platz drei gilde da war halt ein spieler drin auf level 200 also wirklich der ganze server tot das war krass wir wollten eigentlich mit unser also mit einer gilde quasi den elevator irgendwie noch mal abreißen dass wir zumindest bronze kriegen oder so und dann wurde halt fusioniert und deshalb war ich dann auch auf f4 und ja das keine ahnung das schon wild das schon wild vor allem wenn du so siehst wie sich so die communities gerade bei so internationalen fusion zusammengetan hat das fand ich so gestört so keine ahnung das war jetzt zum beispiel die türkische community und ja keine ahnung die die haben halt bei discord ganz trocken sich quasi organisiert und haben dann einfach eine richtige power gilde gestellt mit ein paar wing gilden und so was das war einfach crazy da siehst du auch wie groß so die jeweiligen communities der länder eigentlich sind das unterschätzt man voll ja auf jeden fall ich hatte heute auch mal hier geguckt wie viele spieler hier drauf sind bevor ich da drauf klicke wie viel spieler schätzt du sind hier auf f9 das ist eine gute frage das kann ich kann ich null einschätzen wie ist das denn noch mal was denn mit den inaktiven die wurden doch rausgelöscht oder sind ich glaube die ganze stufe einser beziehungsweise bis zu einem gewissen grad oder nicht eingeloggt also wenn du eine ganze zeit ich glaube ein jahr oder so nicht eingeloggt war es dann ist der account auch rausgelöscht ich glaube auch kein geld aufgeladen oder sowas kann auch sein irgendwie so grobe beschätzung so ganz zufällig das ist so schwer das kommt nicht auf eine million dass ich sag jetzt mal ich sag mal fünf alter oder mal ich sag mal ich sag mal 500.000 ok krass ist gar nicht so verkehrt ja ich kann ich kann es nicht sehen aber wenn es irgendwie leckt bei dir da hast du hast noch gar nicht ne ich bin ein bisschen am anteasern hier es sind 629.000 krass das ist krass also viele leute ja ich weiß gar nicht wie auf wir es auf f8 aussah aber man muss dazu sagen okay da haben wir ein bisschen über eine halbe halbe million sind extrem viele spieler wenn man sich das mal so vor augen führt man muss dazu sagen die server die waren halt auch die ganzen deutschen server die waren auch extrem tot gewesen also hätte ich auch nicht gedacht dass zum beispiel auch unsere gilde keltig in der ich hier mit drinne bin wir hatten eine zeit lang auch ein paar inaktive und nicht so gute jetzt die server merges haben uns auch gut getan weil wir haben jetzt auch ein paar neue ankömmlinge in der gilde hier und haben ja ausgewechselt die auch schon ein bisschen inaktiver gewesen sind tatsächlich echt gut also wir haben es auch noch mal ein stück verbessert aber wir waren tatsächlich von den ganzen servern mitunter auch im helle weiter die gilde gewesen die mit abstand am weitesten vorne war so also das und das hätte ich nicht gedacht weil in dem helle weiter haben bei uns auch nicht viele gas gegeben deswegen ist schon so alte alte gilde like so ja genau die unteren 15 ja dann hatten wir ein paar hardcore pilzer die das dann halt auch so gequält haben das ist beide das bei den rittern so krass da gehst du halt rein am ersten tag und da pilzen die gefühlt den ganzen elevator durch aber so die ersten zehn mann oder so das ist so bekloppt deshalb stehen die auch immer so weit oben weil die da halt so einen gewissen kern haben die so krank also der so krank in den elevator geht ja was die an höllen marken zusammenkriegen ist schon krass auf jeden fall ja 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 safe safe aber ich bin auch so da siehst du das also ich bin meinem krieger der jetzt so fast auf die 600 kommt bin ich immer so auf platz 30 25 so im dreh da siehst du halt schon und hinter mir sind halt leute die irgendwie auf 600 40 50 sind das fand ich auch so lustig als hier bei den endgegnern ich scroll so runter siehst du siehst du den durchschnitt du weißt du was kommt jetzt das ist halt so maskottchen weißt du so werbefigur der macht ein bisschen traffic der noch in der dann aber aber hier ist genau das darf man ja nicht vergessen also ich meine er wird ja wenigstens 500 relativ schnell erreichen aber dann halt hat er trotzdem noch 100 level abstand das sind trotzdem noch jahre dazwischen so grüße noch mal hier an der stelle ich hoffe du hast mir das letzte mal im video nicht zu arg böse genommen das war auch alles nicht nicht ernst gemeint sag ich mal ist immer mit mit einer prise humor zu sehen das ganze weil ich hatte gesagt er zieht hier den durchschnitt so runter weißt du ja aber ist ja so ist ja aber es ist halt ist halt ganz geil weil mo wollte eigentlich den bär sie quitten so aber dadurch dass da jetzt so die fusion kam hat er halt auch wieder irgendwie sinn gesehen in dem bär sie weißt du war das war dieses elevator projekt mit den ganzen der sehr krank was so geht es doch ja moin stark ach du scheiße ach du scheiße okay da sind die dämonen ja ich glaube der nunu führt hier irgendwas im schilde ja 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 oh man ja grüße ne grüße gehen raus das ist eine abgefuckte community ich sagte das aber ich sag dir eine sache weil weil wir gerade eben auch noch über s1 geredet haben ich muss sagen also steht ja noch so gar nicht fest ob es eins noch mal fusioniert wird ja vielleicht wird er ja auch stehen gelassen und das fände ich richtig scheiße also wirklich weil du siehst gerade so diese ganzen fusion server das ist halt gibt halt einem selber total hype und dann wird es halt auch irgendwie fusioniert werden weißt du ja ja und das also es wäre schade wenn das nicht passieren würde also ja es kann sein dass die server noch so krass aktiv sind dass die nicht fusioniert werden ich glaube die kommen halt nachher wirklich erst ganz 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 zum schluss wenn alles an der durch ist so aber es wäre auch ein stück weit unfair muss ich sagen weil alle anderen haben halt die die chance bekommen ihre server plus halt in dem atemzug auch ihre gilden zu fusionieren und das wäre halt ein bisschen ja auf die hoff zumindest gesehen unfair wenn die halt nicht die chance bekommen würden ihre gilden und ihre server zu fusionieren und ja ich will also ich will nicht sagen so wettbewerbsverzerrung mäßig aber nachher sollte alles irgendwie ein fusion server sein ja ja safe safe ja bis auf die neuen halt so ne die würde ich noch lassen aber ganz ehrlich so ich spiele auch auf den ganzen b-welten ne so also ich spiele auf 53 57 59 und 53 ist halt eine absolute es ist so eine glückswelt also ein glücksgriff weißt du weil da ist immer noch competition der ist immer noch nicht entschieden so jetzt nach zwei jahren da geht es immer noch wirklich das immer ein wechsel ob wir auf eins sind oder die zweite legion aber auf 57 59 der server ist tot also weißt du da den kannst du halt jetzt auch schon direkt in irgendeinen pot packen und dann einfach fusionieren so ja ich denke da spricht auch nichts dagegen man sieht ja auch in der ihof dass immer mehr f-server so die rangliste hochsteigen ist ja auch ganz klar weil wenn da neue leute zusammenkommen dann wollen die sich natürlich auch zu einer coolen gilde fusionieren und dann sondern das den leuten auch lassen auf jeden fall ne und ich sag dir also ich das einzige negative argument so war ja immer so hey ich verliere vielleicht meine position ne aber ich sag dir allein jetzt durch diese statistiken die wir beim webshop haben so hast du auch wieder ein ganz anderes maß dich zu vergleichen so weißt du du kannst halt keine ahnung jetzt gerade mit den neuen spalten so gehst du halt guckst du dir werte guckst du dir an wer die meiste stärke siehst du nachbar oder so weißt du auch wenn der jetzt nicht mehr auf 1 ist wie früher so aber der ist halt da immer noch auf 1 weißt du und ich weiß nicht es ist viel individueller und deshalb ganz ehrlich und ist doch auch lame die ganze zeit immer auf 1 zu sein weißt du also weißt du das sag ich immer wieder es ist wo willst du lieber spielen willst du auf einem server platz 1 sein der komplett tot ist oder willst du auf einem server vielleicht platz 10 sein der aber komplett belebt ist und du hast noch konkurrenz und da da herrscht noch ein bisschen ja leben und die leute ja du du merkst halt du bist halt nicht alleine so was bringt das wenn du alleine auf dem thron sitzt also ja das doch irgendwie auch ich glaube dass das ding das haben jetzt auch glaube ich die meisten so oder werden werden das verstanden haben und wenn ja weiß ich nicht wenn heutzutage immer noch welche gegen die fusionen sind so ich weiß nicht man kann es halt immer nie allen recht machen aber ich glaube wenn man wenn man so sieht wie diese ganzen server auch wirklich flüssig zusammen fusioniert werden und das klappt alles und heute war der termin um 16 uhr ist wird f9 released werden und punkt 16 uhr konntest du auf den server rauf gehen du konntest dir nochmal deinen namen aussuchen weil wenn du zum beispiel dich registriert hast oder dich das erste mal eingeloggt hast da hast du noch deinen deinen server namen dahinter so da kannst du dich dann halt direkt noch einmal umbenennen ansonsten kannst du immer noch den support fragen und so also eigentlich lässt es kein kein auge trocken und keine fragen offen wenn ja wenn hier so eine server fusion stattfindet und es bockt einfach ein bisschen neue neue leute hier um sich herum zu haben du hast einen account den spiel zu zehn jahre lang und den spiel gefühlt nachher für dich so und jetzt kann ich den mal so richtig unter beweis stellen gegen andere leute und du hast jetzt erst was davon den account jahrelang bespielt zu haben weil du den jetzt halt erst wirklich gegen andere auch messen kannst was du vorher nicht konntest so deswegen weiß ich nicht was man was dagegen sprechen sollte so aber sag mal guck mal das ding ist jetzt werden ja gerade so sehr nationale konzepte gefahren also du hast halt die deutschen welten dann die polnischen welten so wahrscheinlich dann auch die ungarischen welten und sowas na irgendwann und die frage war halt am anfang wenn du halt die kernwelten sag ich mal mit der kerncommunity nimmst nimmt man hätte man da nicht eher internationale konzepte aufziehen sollen oder ist es cool so wie es ist mit den nationalen weißt du weil man hätte ja auch nach erscheinungsdatum gehen können und sagen können okay weiß ich nicht es eins polen eins ungarn eins so wesse und dann wäre vielleicht das power level noch krasser gewesen meinst du internationale server fusion oder ja 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 nur halt anhand des erscheinungsdatums weißt du was ich meine so weil du kannst ja keine ahnung die s welten wurden ja immer relativ ähnlich wie die es also die polnische server polnischen server release und so ja ja ich verstehe ja weiß nicht also es ist ja nach wie vor dann immer noch so ein lokaler server sag ich mal ne ja also es ist es ist der unterschied ist glaube ich für manche zu krass die halt eben nur auf deutschen server spielen wollen weil sie vielleicht auch nur deutsch können ist ein deutsches spiel ist deutscher hersteller und weil sie nicht sind halt community deutsch deutsch und wollen halt jetzt vielleicht nicht mit anderen wegen der sprachbarriere ich verstehe das hundertprozentig also ich weiß ich meine so da hätte halt eine krasse polnische power gilde die dir vielleicht auch noch mal richtig feuer und so hintermacht ja aber das ding ist was was mein mein argument da da irgendwie war was mich ein bisschen irgendwie was mir die frage einfach geklärt hat ist halt einfach wenn die fusionen jetzt nicht laufen oder manche fusion server nicht laufen ja dann fusion ist sie noch mal ja das wird auch safe noch mal kommen also spätestens wenn alles server fusionen durch sind dann werden die fusionierten server noch mal fusioniert werden da gehe ich auch ganz stark von ich auch genau das wird früher oder später wahrscheinlich erst später passieren so also zu diesen internationalen dingen muss ich auch sagen noch mal also ich hätte da persönlich jetzt auch nichts gegen wenn das so wäre weil im prinzip ja entweder hat man mit einer also mit einer gilde hat man ja immer ein konzept wird ist man so international unterwegs ist man ja nur so einsprachig unterwegs und so ja also von daher ist ja vorhin vorhinein sowieso schon alles geregelt man hat ja mit den anderen gilden an sich eigentlich gar nichts abzumachen großartig ja eben das so also deswegen wäre das jetzt aus meiner wahrnehmung jetzt auch nicht so wild wenn das früher oder später auch passiert ja du brauchst ja keine sprache um dir einer aufs maul zu hauen so weißt du weil das problem jetzt momentan sehe ich so ein bisschen ist halt guck mal wenn du jetzt als neuer spieler hier in das game kommst ich meine klar es gibt jetzt diese europa welten der schickt ich zuerst auf diese europa welt ne aber diese fusionierten welten wenn du dir jetzt davon so eine aussuchen würdest welche wäre das also von allen die jetzt hier stehen von f1 bis f12 ja ich ich werde dann auf f8 ja ja klar schön mein nachbar das sagt ja ich werde auch mit jetzt jetzt aber mal unabhängig von den leuten wo du weißt die spielen auf dem server sondern als neuer spieler du du kennst keinen hier ja ja du gehst natürlich auf eine deutsche welt klar sicher aber aber das ding ist halt woher willst du das denn wissen weißt du ich wäre persönlich nämlich jetzt auf f10 gegangen weil ich halt einfach ein ja ein zahlen zahlen ach so meinst du ich weiß so okay weil ich finde halt f10 ist halt dann nachher dieser jubiläums server mäßig so ne aber f10 ist ein reiner polnischer server ja ja ich weiß worauf du meinst dass man vielleicht die beschreibung auch ein bisschen oder die namen ein bisschen anpasst wenn du jetzt sagst so okay du willst auf einen deutschen fusion server nee ja ja okay aber welcher ist denn das da hätte ich f1 genommen oder f10 so ja es ist halt auch so keine ahnung ich das ist aber so oft so ne ich gehe dann immer von von mir aus aber ich weiß das natürlich alles aber wenn du halt echt irgendwie so neuer spieler bist so ey überleg mal allein für so neun spieler der keine ahnung das spiel irgendwie zehn jahre nicht mehr gespielt hat der will sich so auf s8 einloggen so der war der check das ja auch noch gar nicht so richtig mit der fusionierten welt weißt du ja das deswegen die neuesten leute werden ja immer direkt auf dem neuesten server so eigentlich müsste da noch drunter stehen so keine ahnung fusionen also eigentlich könntest du wenn du da drauf gehst so ein banner einfügen oder so dass da steht fusionen von welt so und so bis so und so weißt du ja oder so wie da welt geht online kannst du ja genau so eine kleine flagge vielleicht dahinter also dass man das so ja aber guck mal wenn du jetzt wirklich so sagst ey ich will meine accounts vor vor den ich vor sechs jahren gespielt habe wieder spielen und dann weißt du nicht mehr wo weil ja es gibt den server nicht mehr und das ding ist halt auch es geht halt keiner hier irgendwie auf so auf alte spielwelten und dann ja deutschland und dann okay ja und dann werden sie auch abgefuckt sein weil die welten hier die sind ja wahrscheinlich ich weiß es nicht auch ziemlich dead denke ich mal ja 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 zum großen teil sind sie ja sind sie auf jeden fall also ich glaube sogar s43 geht noch weil das halt die neueste deutsche welt so gesehen ist und da kommen immer nachzügler noch ein bisschen weißer aber ja trotzdem also tot ja aber ursprünglich weswegen ich eigentlich hier das video mit dir aufnehmen wollte ist ja ich wollte dich mal so ein bisschen auch endlich mal gewonnen hier endlich mal ein glückserlebnis ey sir webster ja kenn ich auch den namen kennt man auch sir webster ist von s31 noch also ja ja aber der name weißt du sind so die namen ey du guckst auf diese fusion server einmal kurz und du siehst so viele namen die du eigentlich immer irgendwie aus das ist das das fand ich halt hier ganz schlimm so ne also oder was ist das schlimm er ist so ein meister seif hier ja 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 don zeus all raune awf bresel ist auch super super strong brauchst du einfach nur mal hier in die endgegner gilde reinschauen dann ja 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 w70 ormel ignil dein nachbar ja stimmt nee hat er jetzt 700 nee ach nee ignil nee ja aber kurz davor krass ja ja und die lassen sich auch alle schön droppen hier ne das macht es jetzt mal richtig richtig viele jetzt ja ja beute gold und so der ignil kommt äh ende des monats er erreicht da stufe 700 und das wollen wir wieder bei mir zelebrieren und dann äh ja erzählt er dann auch ein bisschen über äh f8 und seine erfahrungen hier auf dem gemerchten server ja ist geil ist geil ähm aber wie gesagt ich wollte eigentlich so ein bisschen auch dich befragen mal so zu äh so ein bisschen zu den hier zu den ja dass wir wieder hier zurückkommen hier und zwar ja wollte ich mal so ein bisschen das war ja so eigentlich das was äh mich am meisten interessiert hatte so das andere sind ja alles deine themen die die wir heute noch alle abarbeiten werden hier muss ja nicht weißt du nein nein werden wir äh ich hab einfach eher irgendwas drauf geschrieben ich sag's dir ja wir machen freestyle ob das hier jetzt rankommt oder nicht äh da das ist hier heute alles improvisiert und zwar das thema äh ja im letzten jahr ist ja auch ganz stark äh aufgeteilt aufgekommen äh twitch drops und ähm ja die jeweiligen streamer die dann halt auserkoren sind und da fällst du ja auch unter einer äh von denen die das ganze äh ja machen dürfen und diese drops verteilen dürfen und das ist ja auch eine eine riesen Ehre und da wollte ich einfach mal so ein bisschen bisschen äh auch deine Meinung mal zu hören weil wir uns darüber ja auch noch gar nicht so unterhalten haben wie du das ganze siehst hat das neben den ganzen positiven Aspekten vielleicht auch eine negative Seite die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht oder äh wie ist da so wie ist da so die Stimmung drüben auf Twitch sag mal ich sag dir so ne also negative Seiten hat es eigentlich gar nicht so viele sind wir mal ganz ehrlich die einzigen also ich kann wirklich direkt mal sagen was negativ ist ist halt wirklich einfach so äh dass du halt permanent mit so Fragen konfrontiert wirst so hey wie lang streamst du noch so gibt's bei dir Drops so weißt du es sind halt immer so diese Fragen die sich wiederholen äh das ist halt irgendwie manchmal ein bisschen nervig und was auch nervt äh ist dass du oft super viel also viel Zahlen hast durch die Drops weißt du aber halt viele auch einfach am Lurken sind aber meistens auch gar nicht also keine Ahnung so Viewbot Lurken mäßig weißt du um die Drops zu farmen das merkst du halt schon echt hart dann hast du halt so utopische Zahlen aber eigentlich nur deine Bubble im Chat so die du halt auch so hast aber trotzdem alter wirklich also keine Ahnung du kannst halt also so allein die Vorstellung dass Leute wegen deinem Stream jetzt irgendwelche Ingame Sachen bekommen die ja auch äh gut das Gold ist jetzt bisschen schade es wurde angepasst aber zum Beispiel du musst dir theoretisch fast nicht mehr einen Flügeltrank kaufen weil du einfach Drops durch die Drops immer einen hast so das ist eigentlich schon big für so Free-to-Play Leute und auch generell für alle eigentlich das ist geil dass du das so ermöglichen kannst und äh du hast natürlich auch viele Leute die auf deinen Channel kommen so das muss man ja auch sagen also ich hab schon echt viele neue Leute die irgendwie äh ja keine Ahnung auf mich aufmerksam geworden sind und jetzt auch einfach äh am Start sind ne so ja aber sonst keine Ahnung es ist es ist halt es ist halt auch krass weil die Zuschauerzahlen sind wirklich so brachial in der Kategorie mittlerweile also auch überall weil halt auch immer weiter geradet wird und da hast du halt gut du hast wie gesagt auch die ganzen äh schlafenden Leute mit drin aber es ist schon verrückt ja also ich muss sagen ich hatte glaube ich die ersten 2-3 Drops noch mitgenommen persönlich und danach ähm äh weiß ich nicht die wurden ja auch immer wieder angepasst und dann wurden ja nachher irgendwie einzelne Wellen 1-3 und da war ich da war ich nachher raus irgendwann ja ja also das das hat mich nachher nicht mehr so abgeholt wie zum Anfang weil da hattest du denn ähm ja was weiß ich das irgendwie einmal im Monat oder so du konntest dich dann darauf vorbereiten so du konntest das denn okay du weißt jetzt kannst du einschalten ähm dann bleibst du so und so lange am Ball jetzt hast du das weiß ich nicht gefühlt irgendwie immer und ähm man sieht da gar nicht mehr also ich bin persönlich seit ein paar Monaten raus was das angeht was kriegt man zum Beispiel jetzt an Gold wenig also wirklich wenig also ich würde sagen das Gold lohnt sich auch gar nicht mehr also keine Ahnung der erste Drop war viel zu viel das waren glaube ich 600.000 so in den Dreh nee das waren 600 Millionen glaube ich ne 600 ja sorry nicht 600.000 Millionen meine ich ja 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 600 mal Skillen so äh das war schon echt viel zu viel weil du da halt die Leute gezwungen hast weißt du das zu das zu gucken so weil das Gold so viel Gold musst du mitnehmen also das kann mir keiner erzählen dass das nicht mitnimmt ne das ist schon Game Breaking so also da ja das war nicht cool aber jetzt gerade ist es so keine Ahnung vielleicht krieg ich ein Skillpunkt auf meinem Main so und das ist halt auch so wenig also keine Ahnung so 5 bis 10 Skillpunkte ja 5 Skillpunkte weißt du wo du so zumindest mal ein paar mal klicken kannst und das tut dann keinem auch so weh der das nicht mitnimmt oder so man hat halt jetzt nicht so einen FOMO Effekt sag ich mal dass man wenn man das jetzt nicht guckt dass man das Gefühl hat okay ich verpasse jetzt irgendwas für meinen Char dass ich jetzt so total hinten dran bin jetzt irgendwie das Wichtige war ja auch beim Gold dass das halt in der ersten Stunde war also wäre das halt irgendwie weiß ich nicht keine Ahnung du musst 5 Stunden gucken fürs Gold dann würde ich es halt sehr verwerflich finden aber dadurch dass es halt eine Stunde ist du kannst halt auch keine Ahnung chillst halt einfach oft am PC eine Stunde und machst irgendwas anderes da kannst du es auch einfach leise mitlaufen lassen weißt du was ich meine so aber trotzdem also die 600 Millionen die waren viel zu viel ja jetzt hast du halt auch so also die Ressourcen sind meiner Meinung nach auch so ein bisschen zu wenig skaliert außer du startest einen Server ich glaube dann ist noch ganz okay aber was halt ganz cool ist ist wie gesagt der Trank so ein Flügeltrank oder so der ist halt mächtig muss man sagen und halt den Rahmen und so aber das ist ja also keine Ahnung ich fände halt geiler wenn du wenn du viel mehr Cosmetics einfach reinhaust in die Drops so dass das halt einfach dass du gar keinen Vorteil und Nachteil hast außer halt einfach einen neuen coolen Rahmen oder so weißt du ja das wäre generell auch eine schöne Sache wenn da ein bisschen mehr in die Richtung kommt ich denke mal die werden da sich jetzt so ein bisschen ausprobieren was das Ganze angeht dieser Twitch-Rahmen ich weiß gar nicht wo war das hier die Mikrowelle meinst du die gute Mikrowelle ich glaube das war so ein bisschen mal also ich sag dir ehrlich also ich benutze ihn persönlich nicht so ne 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 also ich muss auch so sagen persönlich also du gewinnst damit glaube ich noch keinen schöner Wettbewerb aber es ist schön dass es so was gibt es ist halt ein Anfang so und ich denke mal das ist was worauf man auch aufbauen kann so die haben ja jetzt nicht ohne Grund da hier eine extra Spalte hinzugefügt für einen Rahmen da wird jetzt definitiv in Zukunft noch mehr kommen denke ich mal ja und ja das ist halt auch so easy mit den Rahmen also keine Ahnung ich hatte auch mal so ein Video gemacht da ging es so um neue wir brauchen neue Rahmen und so ne und dann war halt so das Video war so ey wenn es einen Goldrahmen gibt warum kannst du ja keinen Silberrahmen und Bronzerahmen und Holzrahmen kaufen so ne ja genau und dann hättest du halt keine Ahnung Silberrahmen 500 Pilze Bronze 250 Holzrahmen 50 so das schadet ja keinem weißt du so und kannst du halt kaufen oder nicht hast dann halt ein cooles Optik so oder halt auch nicht und dann sowieso ich mein Cosmetics ja also da warten alle drauf und es sollte auch freispielbare Cosmetics geben und sowas ne aber das ist halt ich glaube das ist noch sehr in weiter Ferne also wirklich ja also Moe hatte ja mit Thorsten mal so ein Stream gemacht im Official da wurde das auch so ein bisschen angeteasert glaube ich dieses ganze Thema mit den Skins und so dass das schon mal auf den Tisch lag und ne wenn dann wollen sie es richtig machen und so ne explizite Aussage wann das jetzt kommt und so das wurde natürlich jetzt noch nicht so gesagt aber ich glaube dieses Jahr nicht also ich glaube dieses Jahr sollte man auch generell jetzt nicht allzu viel so also ich hoffe es natürlich dass was kommt so Content mäßig erwarten aber ich glaube der Hauptaspekt liegt erstmal darauf diese ganzen Merges durchzuziehen so 2024 wird glaube ich das Jahr der Server Fusion dass da alles so erstmal klappt und da sind sie ja jetzt im Moment gerade wirklich oft Hochtouren dabei die alle zu merchen es kommt ja jetzt auch gefühlt jeden Monat irgendwie 4-5 Merges raus wenn das mal reicht und ich glaube danach geht es dann halt auch Content mäßig dann auch wieder Big weiter obwohl man auch sagen muss die arbeiten natürlich parallel an mehreren Sachen gleichzeitig dann wird natürlich auch noch hier am Elevator gearbeitet da am Legendary Dungeon dass das weiter ja designt wird und schöner gemacht wird jetzt gerade der letzte Legendary Dungeon das war meiner Meinung nach der mit Abstand schönste Dungeon den sie je rausgebracht haben 10 von 10 auf jeden Fall die ersten zwei Etagen waren halt wirklich super geil designt gewesen man hat sich richtig wohl gefühlt da drinnen und wäre ein perfekter Anlass gewesen eine Zero Death Run Challenge zu machen ja safe ja aber das machen wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal sag mal so wie fandst du das Set das neue Item Set für die Legendary Sachen ich muss das mal kurz geben ja also ich hab immer so 1-2 Favorites dabei und dann den Rest ja mittelmäßig so sag ich mal ja ja also guck mal das Ding ist ich frag das halt nur so weil ich fand das Set jetzt nicht so stark persönlich ich fand halt die Schultern hier ganz geil also den Brustkorb den fand ich richtig geil so und sonst bin ich ehrlich fand ich alles Durchschnitt so bis also die Blockhände fand ich nicht so geil die fand ich nicht wirklich gar nicht geil so Roblox Handschuhe ja aber ich ich sag dir halt ich würde mir halt wünschen weil ich ich gucke mir diese Schultern da an ja und ich ich würde halt so feiern deshalb hatte ich das auch hier als Punkt aufgenommen wenn wir mal wieder so Epic Sets bekommen also wirklich komplette Sets die aber auch weißt du ich weiß Shakes hat ganz viel Humor aber wir brauchen mal wieder so richtig stabile Sets weißt du oder du sagst Alter was hat der bitte für eine krasse Rüstung so eine brauchen wir und irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht ich wünsche mir das für die Zukunft ich muss aber auch sagen diese diese dieser Brustpanzer hier der passt wirklich wie Faust auf Auge zu deinem Char zu deinem Profil zu deinem Avatar ja 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 hast du auf S31 Charakter zufällig gerade? ne 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 wo hast du denn? äh EU8 sind wir vielleicht noch zusammen ja warte oder ich hab glaube ich hier lokale Server du hast doch hier irgendwo auch eine Tavernenflotte bestimmt hier versteckt ne? äh EU5 wenn du da noch bist ja da ist EU8 aber da gibt's mich auch da gibt's mich auch wo gibt's das? kannst du auch einfach ja ja wir hatten das auch vorhin hier ne? ja ja das wäre necroman hier guck mal hier diese also das das ist ja quasi der Skin alter ja 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 aber ich brauch so Dinge alter weißt du weil guck mal es gab jetzt das letzte Set was wir sogar letztes Jahr bekommen haben war das Valentinstag Set so das war natürlich so ein bisschen Festtag mäßig ne aber ich würd gerne mal du kennst ja auch noch die Dämonenrüstung sowas einfach so stimmige Sets wo du auch so ein bisschen mehr variieren kannst weil gefühlt sind alle Items immer so Gold und du hast halt du hast halt nicht so keine Ahnung wo ist das rote Set wo ist das das gelbe Set weißt du dass du so ein bisschen variieren kannst okay gelb ist Gold aber du weißt was ich meine ich verrühne so verbindet man das nicht auch so ein bisschen mit dem äh grad sag ich mal der Seltenheit also das die Legendary Items sind ja immer Gold die Epics zum Beispiel ist jetzt so immer lila mäßig also zumindest von der Hintergrundbeleuchtung aber ich check was du meinst dass das an sich auch von ich war ich wäre halt mehr Transmogen weißt du so also das Aussehen ändern und dann coole Outfits so weil ich merke das ist halt immer wieder so ein Ding was sich Leute wünschen und ich würde mir das halt auch wünschen weil keine Ahnung ist ja geil wenn du du weißt ja im Late Game equipst du dich eh nicht mehr so viel ja kannst du auch mal dein Aussehen ändern weißt du dass das einfach cool aussieht wenn du so keine Ahnung die Drachen an Schuhe sind geil by the way ja also ich hab das auch nicht so jetzt ich weiß manche machen das so die ziehen sich nur so grüne Items an oder so das meine ich das meine ich das ist halt geil das sieht man zum Beispiel viel oder diese Dämonen Sachen die haben halt alle diese Farbe ich muss sagen wäre zwar cool wenn ich das so auch auf mich abgestimmt habe weil man kann das auch so komplett golden machen wenn man einen goldenen Hintergrund für einen Elevator zum Beispiel hat ja genau aber ich muss sagen ich hab mir so die Items rausgegrappt die ich so persönlich am besten fand jetzt von oder in letzter Zeit zum Beispiel diese Drachenfäustlinge ich weiß nicht ob du dich da dran noch erinnerst und zwar bei der Stadtwache früher da waren diese Drachen oder Alu da waren diese hier an der Seite die gibt es ja jetzt nicht mehr und als Tribut habe ich mir halt diese diese Fäustlinge angezogen so weil die das halt eben vor allen Dingen die Beschreibung ist halt so geil cleveres Upcycling frisch ausrangiert schnell umfunktioniert das ist halt der Humor die haben sie halt von der Alu weggenommen die waren früher hier dran an den Balken die Drachen jetzt sind es halt die Handschuhe hier also das ist halt das habe ich so gefeiert und sind halt für mich persönlich meine Lieblingshandschuhe und deswegen habe ich die auch angezogen ja ist cool und hier auch der Aboserver so das Ticket zum Aboserver ja das fand ich halt vom Humor her sehr geil ja das war schon sehr nice das stimmt das stimmt ja das ist cool das stimmt ich fand nur die ich muss sagen die DPS-Kette die fand ich zum Beispiel nicht so geil nee nee weil ich weil die Buchstaben mich so ein bisschen getriggert haben weil die so ja weiß ich nicht ja ich weiß nicht da geht mein innerer Monk so ein bisschen drauf ich sag's dir ja aber ansonsten der Hase ist nice oder das auch geil ja ich wollte gerade sagen weil du hast ja auch die Collectors Edition ne ja 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 und das ist ja auch hier quasi die Goldmütze die wir haben ja 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 das ist schon geil sowas liebe ich auch das soll auf jeden Fall auch nicht weg sein ne so ja ja schön der AM Junge schön ich meine hier diese Goldmütze unten die man dreht ja ja ich weiß dieser Bildschirm ey Mann guck mal ich hab das auch gesagt ey wirklich unbedingt es müsste eigentlich so ein Ding sein wenn du den AM durchspielst dass du irgendwas bekommst ne bis auf diesen ich sag's immer so ist halt wie so ein feuchter Händedruck weißt du wenn du so ein Bildschirm hast achso ich dachte das Achievement was du bekommst ja weil also weißt du guck mal ich hab damals mal gesagt so wie fändst du das denn wenn man zum Beispiel dann kostenlos Aussehen ändern könnte oder so irgendwas dass du irgendwas hast weißt du wo du wo du quasi den AM fertig gemacht hast also nicht nur bis Maxruhen sondern wirklich fertig und dann dass du irgendwas kriegst weil so ist es halt einfach nur ja ich hab halt so ein Bildschirm ne so das ich kann halt die Schriftrolle ausrollen so ja okay weißt du echt kann man hier noch oh geil ja stimmt wusste es nicht naja ich hab ich hab nachdem ich den Arena-Wendler durchgespielt habe hab ich mich hier nie wieder drinnen mehr gesehen Alter ja ja deshalb und das wirklich da muss man überlegen wie viele Leute investieren müssen bis die das durchspielen und ich will halt dass die Leute irgendwas zurückkriegen bis auf also nicht nur diesen Bildschirm hier so aber hast du denn auch einen Vorschlag was da kommen könnte ja das Aussehen ändern würde ich machen oder oder du kannst auch kannst auch was für ein Aussehen denn von was denn von dem Bildschirm hier oder was ne von den Items wenn du guck mal wenn du deine Items das Aussehen ändern willst dann kostet das glaube ich 10 Pilze oder so kannst ja sagen dass das free ist weißt du ach so oder oder wenn man jetzt irgendwie so einen Sockel oder sowas ja gut das wäre glaube ich okay aber Rudentausch aber ja ich check schon also so ein Feature was du durch den Arena-Manager bekommen hast dass du das dann auch nachher wenn du es durch hast auch freigeschaltet bekommst ja irgendwas weil so ist es halt einfach Alter das ist halt so pilzlastig und am Ende kriegst du nur diesen Händedruck weißt du und dann ja GZ hast es geschafft und vor allem das Ding ist ja bis heute du spielst das Ding durch und du hast halt immer noch die Chance keine Max-Ruhen zu finden so ja ja gut ja gut ist vielleicht auch mal ein anderes anderes Paar Schuhe aber darf man nicht vergessen also es ist halt Arena-Manager ist schon ja also ich hatte auch Umfragen dazu gesehen und auch selbst gemacht und man hört es hier und da ist schon mit wirklich mit Abstand das unbeliebteste Feature in Shakes and Fitcher safe safe obwohl ich sagen muss dass mir dieses Konzept eigentlich super gut gefällt irgendwie weil ich habe auch früher Adventures Capitalist gespielt ich weiß nicht ob du das kennst das ist ja vom vom Aufbau her so das ist das gleiche so du verbesserst das ist halt ein Idle-Game genau dann opferst du was und du startest wieder mit besseren Sachen neu und so ne also fand ich schon gar nicht so verkehrt aber irgendwann hat mich dieses ganze Feature einfach nur noch genervt so safe weil weil ja nicht mal weil du das gleiche irgendwie machst sondern einfach ja so dass das das Ding gerade auf neuen Törfer startst wenn du das jetzt immer wieder erneut spielen musst das hat mich abgefuckt so dieses Opfern wieder immer wieder neu aber das muss man ja nicht weil ja reicht ja wenn du einen Account hast so vom vom Ding her so aber ich glaube das meiste was mich so abgefuckt hat ist dieses dieses dolle Schwanken der Prozente im Laden so ja 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 das fand ich halt du musst halt wenn du das auf so einer und so einer Stufe hast dann müssen auch die und die Runen kommen und du hast halt das so häufig gehabt dass halt Runen dabei gewesen sind die total unterirdisch sind komplett unter deinem Niveau und das hat sich dann nachher abgefuckt und du hast dich dann hinterfragt okay warum hab ich das Ding dann jetzt überhaupt so weit gespielt und wo ist der Sinn das überhaupt noch weiter zu spielen so und das ich meine es ist sowieso krass weil wenn du es also wenn du zum Beispiel den Daily Skip nicht holst dann dauert es halt nochmal so gestört lange und mit dem Daily Skip sind halt immer halt massig Pilze täglich ne die du rausballerst genau das kommt dann noch oben drauf davon dass es halt eben so abartig teuer ist das Feature und halt eigentlich gerade dann wenn das Feature so teuer ist dann muss es halt auch wirklich vorne und hinten passen von den Prozenten her die du dann halt auch bekommst und das du gibst halt zu viel aus dafür dass es zu ungewiss ist und ich glaube das verstört auch viele viele so ein bisschen an an diesem Feature ich sag halt immer so die Runen sind todesgeil aber der Weg dahin halt todesscheiße muss man ja sagen aber so dieses Runen Ding generell find ich halt richtig geil muss ich sagen ja auf jeden Fall also ohne Arena Manager und ohne Runen geht halt heutzutage nicht mehr ne geht nicht kannst du nicht machen auch so Dungeon Pushen und so das unterschätzen so viele Leute wie krass eigentlich so Resistenzen sich auswirken so wenn du halt du siehst das ja auf deinen Fusions Servern auch da chillen halt Leute die sind halt so keine Ahnung auf 600 irgendwas die haben halt den die haben halt keine Max Runen weißt du also jetzt nicht umbums der ist in den Rängen die haben halt dann keine Resistenzen und dann das kostet die halt so viel aber ich kann halt auch keinem das verübeln weil der Arena Manager halt auch so ja schon zäh ist ne und halt auch pilzlastig und sowas ne und deshalb kann ich das verstehen aber ja das stimmt das gibt's häufig ja ist halt crazy Alter wenn da einer mit keine Ahnung ich hab auf S1 Leute die laufen da mit 15% Waffenschaden rum und wenn du dann halt 75% Resistenzen hast knallst du die halt weg und die sind aber dann 30 Level über die oder so das hast du häufig siehst du ja auch hier gerade obwohl der Chart ist auch komplett also no offense an der Stelle aber das ist hier ein Bogen der 20 mal verbessert ist und dann hast du hier so 8 bis 10 Items von der Verbesserung und die Runen naja den Fehler hat man sehr oft den hab ich auch immer wieder in Streams wenn ich so äh Leuten ein bisschen helfe oder so ja hast du das immer mit der Waffe ja ist natürlich scheiße aber auch da ne Alter der Typ hat wenigstens durchgezogen weißt du das ist halt da ziehe ich dann auch irgendwie immer meinen Hut ja wie hoch ist jetzt dein höchster Account da das ist der auf S1 ne äh ja ich glaub 590 kurz vor der 91 also ich dieses Jahr ist auf jeden Fall ganz entspannt 600 drin bist du auch so ein Spieler der ganz früher mal gespielt hat und den Account noch hat oder hast du den durchgezogen von von Start ne 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 ich hab ich hab den boah 2000 boah lass mich jetzt nicht lügen 10 oder 9 erstellt ah ok der Klassiker und kommt dann wieder super kippt ja ja ich hab den aber nie aufgegeben weil wir hatten immer so mit dem Freundeskreis so Phasen wo wir dann wieder gespielt haben und dann wieder nicht und dann wieder gespielt und dann wieder nicht ja und so und irgendwie jetzt sind es drei Jahre wieder die ich durchzocke ja und jetzt ist man ja eh Alter wegen dem ganzen Streaming und YouTube und was weiß ich ist man so tief drin also ich denk mal aufhören wirst du das eh nie wieder ne also also ja Shakes and Fidget ist sowieso also du kannst halt nicht mit du kannst dich ohne so mäßig irgendwie gefühlen ja 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 wenn also ähm ich hatte das auch so häufig schon gehabt dass Leute zu mir gesagt haben ey verließ du nicht mal irgendwann die Lust da dran so ne jetzt gerade also es ist halt jetzt man muss sagen das ist halt jetzt viel mehr geworden als einfach nur so ein bisschen zocken ja ja klar ja safe 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 jetzt gerade dieses ganze Creator Ding so ja was jetzt halt durch Player Games mit dazu gekommen ist ja es ist halt eben ein heftiger ja Nebenverdienst der jetzt für die Creator da so mit dazu genommen ist und das ist alles andere als einfach nur noch so nebenbei zocken obwohl ich sagen muss ich mache nichts anderes als einfach nur so zu zocken so also es hat sich in meinem Leben jetzt nicht allzu viel geändert nur dass halt eben dieser dieser krasse Support halt durch den Creator Code und sowas dazu kam und so also da hat sich dann dementsprechend natürlich ja vieles geändert und da bin ich auch sehr sehr dankbar für und Juni auch ich denke mal alle anderen Creator da draußen auch ja safe safe das ist super also klar ich finde es halt so krass wie wenn du so dann so siehst wie viele Leute an einen denken das ist halt krass ne so das finde ich absolut krass und ich finde es halt ein geniales Konzept so dieses Creator Code Ding dass die Leute nicht zahlen müssen weißt du also nicht draufzahlen müssen mehrkostenfrei halt ja sonst wäre es halt gestört erst mal erst mal ein Fünfer mehr zahlen ne aber das macht ja dann keiner ne das macht keiner aber so ist schon echt geil aber ich muss sagen keine Ahnung ich ich weiß nicht das wirst du auch fühlen man hat manchmal so Downphasen wo es so also kennst du das wo du so denkst boah jetzt muss ich doch meine Accounts zocken so ja auf jeden Fall heute kein Bock ist gerade im Urlaub oder wenn man viel zu tun hat ja oh ja da ist das denn so man will auch mal irgendwann abschalten aber es geht nicht mehr so also ja ey und du darfst nicht vergessen Alter ich hab halt ich spiele halt acht Accounts plus ich leite sechs Gilden ja also das ist so ich bin immer ich bin immer eins vor Burnout das sag ich dir aber also im Urlaub war das halt komplett geistig krank ne weil ich hatte halt keinen Laptop mit oder sowas ich hab mich dann halt da so morgens hingesetzt und hab halt so wirklich am Handy damals noch so sechs Accounts durchgezockt aber es war halt komplett krank wirklich es war einfach komplett krank und du bist auch so jemand der wahrscheinlich seine Accounts nicht abgeben möchte ne zum Sitten ne ne zumal es ja auch schwierig ist mit ja du weißt ja den 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 ja und ich denke aber auch so ja soll ich jetzt jemandem acht Accounts geben hast du keine Ahnung kannst du dem ja Puffi die Hand drücken dafür oder so das ist aber auch wirklich viel zu viel ja das ist schon hart ich meine jetzt noch ein und dann ist auch für mich Sensor also die EO10 nehm ich noch mit so da mach ich auch die letzte Gilde und dann hast du was geplant für EO10 schon ja ja ich mach meine allerletzte Gilde so also wirklich hier so ich hab damals auf S1 immer die Royal Guard gehabt das war so unsere Freundesgilde und so die haben wir halt durchgezogen und ich hab so gedacht ey wenn es damit gestartet hat dann endet es auch damit und deshalb ja EO10 noch einmal und dann ja dann bisschen Server Starts hier und da ein paar Projekte und sowas ne halt Content weiter auf YouTube und Twitch so aber jetzt nicht mehr nicht mehr so krass ernst da reingehen und einen Account durchziehen also ich weiß nicht wie ihr das macht ich glaub Mo hat auch ähnlich viele Accounts ja ja also bei mir ist halt bei 3 ist halt komplett over so ne also ich hätte in der Vergangenheit hab ich schon mal hier und da einen Server wo ich gesagt hätte boah geil den hätte ich jetzt mal sehr sehr gerne weitergespielt aber es passt halt zeitmäßig einfach überhaupt nicht mehr so das war glaube ich EU7 wo das Expeditions Event das erste Mal so richtig dazu kam da hatte ich mir so gedacht ja den Server den kannst du jetzt ja weiterspielen weil du hast innerhalb von 3 Minuten deine 320 Alu weg weil du halt 100 Alu mit einmal wegtrinken kannst so und das machte das so viel einfacher ja mehrere Accounts zu spielen so fand ich geil dann wurde das Expeditions Event auf EU7 eingestammt weil das nur einen Monat ging oder so und dann hat es bei mir geknallt dann war die Alu aber ganz schnell mal ein zwei Monate danach denn nicht mehr gespielt worden so und das hat man dann auch gemerkt und das haben dann auch nachher so die Gildenmitglieder gemerkt so ich hab's dann so ein bisschen verdüst mich dann nachher rauszunehmen und dann war ja bin ich nachher dann ja auch nachher der Gilde dann rausgegangen so obwohl ich sehr viel Spaß auf dem Server und in der Gilde hatte ja auf der anderen Seite muss man sagen für solche neuen Server Starts oder Server Starts die man persönlich vielleicht nicht ganz so ernst nimmt da klickt man die 100 Alu mal so eben ganz ganz schnell durch so weil es halt schnell gehen ja ne ich meine jetzt mit dem Expeditions Event so ne so ja okay das ist mega das stimmt ja da klickst du das so durch weil du weißt okay du hast das innerhalb von 3 Minuten fertig das Ding und du hast deine Alu einigermaßen gut gespielt aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das vergleichen würde das Expeditions Event mit meinem Main Account dort würde ich nicht einfach so 100 Alu so durchklicken weil das wäre mir dann viel zu risky das mach ich halt nur auf Servern wo ich weiß okay da spiel ich eh nicht so lange oder die sind mir nicht ganz so die spiel ich nicht ganz so heftig sag ich mal das ist halt heftig ne also einmal kurz so weil du es jetzt so auch sagst mit Main so mit deinem Main Alu drücken das ist halt dauert auch nochmal länger weil du halt die ganze Zeit die kurzen Quests nimmst ne und dann bist du halt auch einfach von der Zeit viel länger und du brauchst viel mehr Sanduhren der Verschleiß ist halt auch gestört so wäre ehrlich und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt weißt du ich habe jetzt drei Accounts über 500 so und dann merkst du es einfach ja kacke die dauern jetzt alle drei länger besonders wenn du in so einer Phase bist keine Ahnung ich bin jetzt auf dem Bersi 514 da bist du halt genau in dieser Phase hm ich muss mir die Quest ganz genau angucken so welche welche lohnt sich jetzt mehr weißt du weil das ist noch nicht genug Gold um komplett auf Gold zu gehen so da ist immer dieses Abwiegen und dann hängst du da und dann denkst du dir ja okay jetzt habe ich drei Accounts fertig jetzt muss ich noch fünf das ist so das ist viel zu viel also also Expeditionen wenn das wenn das cool wird ne also wenn wenn jetzt irgendwann die Finale kommen werden und du kannst da wirklich 50 oder 100 Alu mit einem mit einer Quest wegkauen und das lohnt sich auch und ist auch sinnvoll ja das würde ich so abfeiern also wirklich auf jeden Fall die Leute werden ja auch denn gewillt dafür noch mehrere Accounts zu erstellen und das ist ja dann wiederum förderlich für Player Games aber es muss halt eben auch klar sein dass du halt eben nichts verlierst zu deiner normalen Abenteuerlust wenn du dir jetzt anstattdessen machen würdest so und da habe ich immer noch so das Gefühl und ich hoffe das wird mir irgendwann genommen dass es mindestens genauso gut wenn nicht sogar besser ist dass du das Expeditionsevent spielst und ja ich weiß nicht ob man jemals dieses Gefühl bekommt weil du kannst halt immer nur eine Sache machen entweder machst du normale Alu oder Expeditionsevent und du weißt halt nie was du in einer anderen Quest bekommen hättest also weiß ich auch nie wie du in Zukunft das so genau vergleichen kannst ja dass du keine Einbüßen gemacht hast weil du willst ja deinen Account so optimiert haben wie möglich gerade wenn du einen richtigen Top Account hast in den Top Rängen da willst du nichts liegen lassen auf der Strecke und ja da willst du halt nichts verkehrt machen das Ding ist halt so keine Ahnung du musst halt irgendwie gucken dass ja keine Ahnung du musst halt gucken dass es eigentlich keine Alternative gibt also entweder Alu oder Expedition nicht nicht dieses alternative Ding weißt du weil du stehst genau vor der Problematik dann ist das eine besser ist das eine in dem und dem Szenario besser als das andere weißt du also sprich wenn ich jetzt 50 Alu oder 100 Alu mit der Expedition weghaue ist das dann schneller aber ist das auch besser ne so das sind halt so alles so Fragen und ich also ich hab mal ne Umfrage gemacht bei mir auf YouTube und die Leute meinten Expedition eher als Event also so dass du dann so quasi einen Wechsel hast zwischen Alu und dass das so einmal im Monat kommt oder was ja oder so für ein Wochenende ja nicht nur Wochenende vielleicht eine Woche oder zwei Wochen oder so weißt du dass du einen Wechsel hast okay weil ich also ich ich weiß nicht ich glaube mir ist es einfach egal mir ist es glaube ich einfach egal ich nehme es einfach so wie es kommt aber ich also ich mag halt wie gesagt keine Alternativen und ich glaube aber auch das sehe ich halt auch bei diesem Event-Ding dass sich das halt genauso wie die Alu irgendwann einfach komplett automatisiert und abnutzt dann ist es auch nichts mehr Neues dann spielst du das einfach runter und dann ist gut das ist ja jetzt schon teilweise so der Fall du weißt ja jetzt schon was du nehmen musst und worum du gehst und ne kannst das kannst das so ein bisschen abwägen ob du das schaffst oder nicht und ja also deshalb als Event weißt du weil dann ist es dann wieder so ah okay jetzt kommen ja die Expeditionen jetzt muss ich wieder ein bisschen umdenken und dann ist es vielleicht auch wieder ein bisschen anreizender also aber ja das Ding ist halt so keine Alternativen lassen wie du es sagst ist halt glaube ich ganz gut weil so würdest du als Late-Game-Spieler der nur 2 Minuten 30 für Gold-Quests annimmt glaube ich immer die normale Alu über die die Expedition bevorzugen weil du da halt dann mit rechnen musst dass du dort vielleicht weniger Gold machst und ja ich weiß nicht wie gut das ist oder wie gut das bei der Community ankommt aber wenn man halt eben das so macht dass man keine Alternativen lässt und halt eben das Expeditionsevent komplett nimmt und dafür die Alu komplett ersetzt dafür hat das aber denn jeder Spieler und jeder muss das Expeditionsevent spielen und hat halt nicht die normale Alu zur Auswahl es wird dir quasi aufs Auge gepresst sozusagen ja dafür muss es halt aber jeder machen das heißt du verlierst jetzt nichts zu dem der jetzt vielleicht normale Alu geklickt hätte weißt du was sagst du dazu ja eigentlich genau das gleiche ich würde ich würde einfach ich würde halt einfach keine Alternative lassen so also ich würde das gar nicht ich würde gar nicht die Freude aufkommen lassen weil dann gibt es halt nur das eine und dann zieht das jeder durch weißt du ja so das ist ich finde es halt wichtig ich mag nicht so du weißt ja es ist dann suchen also weißt du irgendwo ist das schon geil so dass viele Leute so Schlupflöcher suchen weißt du aber ich würde es einfach ich würde einfach dann ja einfach sagen hey das ist jetzt so hast du eine neue Alu und fertig jetzt die Kiste ich weiß aber auch dass die Alu also wenn du es machen würdest mit den Expeditionen dann ja dann hast du auf jeden Fall auch viel Aufschrei bei vielen ja deswegen meine ich so ob das so gut ankommen würde bei der Community das ist die Frage also ich sag dir ehrlich mir ist egal mir ist eigentlich nur wichtig dass also weißt du mir ist wichtig dass ich dasselbe rauskriege wie aus der Alu aber wenn ich dann Zeit spare das fände ich dann besser dann wäre es mir auch egal aber wenn die Expeditionen länger dauern dann nehme ich die Alu also ich will einfach nicht so viel so lange da dran sitzen und ich will aber einfach genau den gleichen Rewards haben oder halt ja besser nimmt man immer mit aber ja es darf halt nicht so lange dauern ja das Gefühl muss auf jeden Fall die Expedition vermitteln ja ja Tunzen Alter aber ich würde sagen wir haben jetzt hier schon knapp über eine Stunde jetzt einfach mal so hinweggelabert ich glaube unser Vortrag unser Vortrag ist gut gelungen so ne ja ja glaube ich auch ich glaube auch wir hatten auch sonst nichts mehr also wir können ja mal wir können ja nochmal ganz schnell gehen unser Themenzettel nochmal hier das ja ja also Cheap Schwimmer auf jeden Fall sind wir uns einig nicht cool dann weitere Events wie Helle LD sag ich dir ehrlich nee das wird sonst zu viel so weiß ich nicht keine Ahnung ist vielleicht nochmal ein anderes Video ja und dann Expeditionen haben wir Webshop Statistiken cool ja zweites Bier ja zweites Bier cool ein Pilz dafür zahlen nicht cool bist du da down ähm ich finde es mehr so sag ich mal äh ein Ding dass das halt äh ja dass man so ein Free Bier bekommt durch die Belohnung aber das bekommst du halt erst ganz zum Schluss der Alu das heißt für alle Leute die das Free2Play erreichen bringt das sowieso nichts weil die müssen halt 10 Pilze dafür bezahlen um halt eben das auch ja ja stimmt ja ja okay ja stimmt ähm klar musst du denn kannst du denn auch wieder so argumentieren okay das ist nur einmal pro Woche dann musst du dir halt eben versuch 10 Pilze in der Woche aufzusparen ich weiß nicht wie machbar das ist als Free2Play ähm ja kriegt man schon hin also na kriegt man schon hin aber ja dass man das extra aber trotzdem wäre es besser ja trotzdem wäre es besser das ist direkt zum Anfang irgendwie so ne dann musst du es aber halt nächsten Tag erst einlösen können weil ja den Tag hast du wahrscheinlich oder musst du häufig deine Alu gespielt haben damit du auch die die Punkte für das Event wahrscheinlich bekommst denn ich hoffe halt die Tasks wären noch besser weil ja alter also manche waren echt todes äh bodenlos ne wenn du so siehst irgendwie 20 mal im Shop blättern für ein Bier extra das war schon hart ja die können ein bisschen weniger pilzintensiv sein ich denke da können wir uns doch einigen ja ansonsten ich glaube der Rest ist alles cool Beta-Server sind eigentlich auch cool könnten halt hier und da vielleicht ein bisschen besser angepasst sein aber ja ja und so noch also da würde ich sagen noch mehr Late Game also ja safe Stufe 600 600 okay aber ab 632 wo halt wirklich das Cap erreicht ist sollte man machen man sollte sich auch aussuchen können welche Stufe man nimmt nicht so dieses random mäßige ja 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 so das finde ich auch ein bisschen komisch irgendwie ja und auch so die Verteilung weißt du da hast du dann Dungeons gelegt die du irgendwie schon lange gelegt haben müsstest und dann hast du auf der anderen Seite fehlt dann aber wieder was was du eigentlich unbedingt haben müsstest weißt du so vielleicht noch mal ein bisschen das realistischer machen dass du jetzt auch in allen Belangen das Gefühl hast dass du genau das Level spielst weißt du ja aber ansonsten auch so die neuen was sagst du die neue Klassenlogos sind die cool ähm kriege ich wenig von muss ich sagen weil ich halt nur auf den alten Zerrn zu spiele ja ja okay habe ich jetzt nicht so drauf geachtet muss ich sagen also ja du meinst hier so dieser Scheißehaufen hier vom Berserk ja ja der Scheißehaufen ja 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 und sie irgendwie Dämonenjäger irgendwie neu oder so ja der Battlemage hier das Icon genau das habe ich mitbekommen äh der Scheißehaufen Alter du hast Alter das kriegt nicht mehr aus meinem Kopf jetzt das sieht wirklich aus also ja Brenner Scheißehaufen ja ist so jetzt hättest du einem vor die Tür gekackt und es angezündet das sieht original aus wie dieses WhatsApp Emoji da hatte ich das hatte ich an dem Tag wo das rauskam hatte ich glaube ich gestreamt gehabt und der Andreas der Color Director war bei mir im Chat gewesen und der hatte das designt und ich habe das halt als Scheißehaufen betitelt der hat dann auch so gesagt ja schönen Dank Alter ja krass ja scheiße man das habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen aber hey die Community hat sich dafür entschieden also die hatten ja was zu Hause gehabt also von daher das ist sowieso krank Alter da gab es so geile Sachen aber egal muss halt ist halt demokratische Abstimmung da machst du nix ja da machst du nix ja ansonsten Abstimmung generell dass es Umfragen Abstimmung gibt coole Sache mehr Transparenz von Playa super kann manchen Stellen noch ein bisschen mehr sein aber im Vergleich zu letztem Jahr ist eigentlich alles was das angeht viel besser geworden ja so Backend Zeiten und wo wir alle nicht mal spielen konnten zu gewissen Uhrzeiten das war halt die Hölle Alter jetzt läuft es auch so die ganze Kommunikation und mit den ganzen Producer Notes und so ja das ist schon alles sehr transparent und das macht auch nicht jedes Entwicklerstudio und ich glaube das wird auch in Zukunft zu weiteren vielen guten erfolgreichen Jahren führen wenn das Spiel Shakes and Fidget mit Playa Games dahinter engmaschig mit der Community zusammenarbeitet und das ist glaube ich so ein bisschen das Erfolgsrezept auch für die nächsten Jahre kann dir sagen wird auf jeden Fall genauso so sein und es wird auch nur besser werden noch welches Game hält sich schon so lange heutzutage auf dem Markt ja vor allem ich sag es auch immer also guck mal in der heutigen Zeit ist alles so schnell 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 du swipest TikTok oder was weiß ich oder Insta Reels oder was weiß ich aber du kannst innerhalb von einer Sekunde entscheiden ob das was für dich ist oder nicht die Aufmerksamkeitsspanne geht runter aber Shakes ist halt genau das Gegenteil da musst du Ausdauer haben da musst du geduldig sein und dass sich das hält ist gar nicht mehr so selbstverständlich in der heutigen Zeit und das ist halt krass finde ich auch sehr beachtlich muss ich sagen es ist halt komplettes Ausdauerspiel so die Leute spielen das über zehn Jahre teilweise ich sehe es ja auch so anhand du wirst es auch sehen anhand der Statistiken so zum Beispiel bei den Videos die ich immer hochlade also die Leute man merkt das auch die Leute haben halt eben auch die Ausdauer teilweise also meine Watchtime ist glaube ich höher als so ein Durchschnitts YouTuber sag ich mal so ein 15 Minuten Video wird bei mir im Durchschnitt acht bis neun Minuten geschaut so von und das ist halt krank das ist todes krass also wirklich das ist bei mir auch so ungefähr also das ist verrückt wirklich das verrückt also die Leute die haben das ist glaube ich noch eine ganz andere andere Generation beziehungsweise ein ganz anderer Schweif von Menschen die halt eben nicht so dieses ganze TikTok Thema so ne ist noch nicht so Generation Z sag ich mal die ja aber ich meine es ist ganz gut weil ich sag dir dass Shakes auf jeden Fall viel dafür tut die Leute auch abzuholen aber die anderen Leute nicht zu vergraulen weißt du ja die fünf Zwischenkarte ja ja genau und das ist glaube ich so wichtig weil das ist wie mit allen so keine Ahnung keine Ahnung du musst halt wenn du irgendwann mal zum Beispiel du hast halt krasse Filme gemacht ja in den 70ern so Star Wars oder so keine Ahnung Star Wars musst du ja auch gucken dass jetzt die neue Generation das spielt oder Pokémon so weißt du wir sind damit aufgewachsen aber die neue Generation muss ja auch irgendwie rangeführt werden so deshalb darf das ja nicht einschlafen und deshalb entwickelt sich so ein Shakes Spiel auch immer wieder weiter weil du brauchst halt den Nachwuchs so ja ja du darfst nicht stehenbleiben ansonsten ne ja gehst du mit der Zeit entweder gehst du mit der Zeit oder gehst du mit der Zeit ja safe ey safe der ist halt richtig true der Spruch ja ja und das trifft halt eben auch auf das Game hier auf jeden Fall zu so einen spontanen Dungeon Push und machen oder was ah safe was ist denn das hier EU EU9 EU9 ist das ja schön Bersi ey ich bin so ich find's so geil man irgendwie so seit seit diesem Jahr hat für mich der Bersi irgendwie wieder so einen ganz neuen Charme so weil bei vielen Leuten hat er abgenommen ja ja ich weiß ich weiß durch den Nerf so das verstehe ich aber ich find's halt so dadurch dass halt jetzt irgendwie der DH so ein bisschen den alten Bersi ersetzt ne hast du nicht mehr so viele Bersis und dann find ich so geil also wenn ich nicht schon einen Hensel würde ich jetzt immer einen Bersi nehmen auf dem Server weil da krass ich weiß nicht ich find's irgendwie geil ich bin aktuell richtiger Fan so genau gegen den Strom sagst du ja 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 ich find's geil und der ist nicht so schlecht also ey komm was hat der 15er Combo das reicht immer noch dicke ja also ja gut das ist ja der Nerf der so ein bisschen weniger hittet der halt mehr hittet ist halt gegen Magier so ne dass er da seine Combo reinhitten kann das stimmt das stimmt aber ey das ist auch nicht das ist halb so wild sag ich dir ehrlich ist halb so wild ja es ist trotzdem noch einer der besten Dungeon-Push-Klassen die es gibt also der Dämonenjäger hat ja so dieselben Schwächen da kommt er gegen die Magier auch nicht großartig weiter so ne ja aber ich sag dir bring den Bersi wieder auf die Karte ey aber überleg mal Alter so als du die B-Server oder so gestartet hast so wenn du da mal einen Account gemacht hast du hattest in der Ehrenhalle nur Bersis nur das war auch wieder ein bisschen zu viel denn so ne ja 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 das meine ich halt auch so mit diesen ne die finden halt einen guten Zwischenweg so mit dem was sie halt machen so dass das jetzt nicht zu stark ist die Leute hinter Play Games die Balancing immer wieder neue Sachen und so und ja 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 hören halt auf die Community auch wenn mal irgendwo was nicht so ganz das stimmt aber Balancing muss trotzdem noch ein bisschen da da aberts noch ein bisschen sind wir ehrlich also Druide zum Beispiel ja 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 auf jeden Fall man muss halt nicht drüber reden aber wie findest du Necromancer sag mal so ähm ja fand ich okay auf jeden Fall also macht Spaß zu spielen oder hat Spaß gemacht zu spielen die Klasse ähm ist halt sehr random und für mich jetzt ja also jeden neuen Account den ich anfange ist bei mir jetzt sowieso over ähm aber ich hab mir die Kämpfe sehr gerne angeschaut die waren ultra ultra spannend zu beobachten die haben Spaß gemacht ja und die Zeit wo ich ihn auch gespielt hatte hat mir auch Spaß gemacht aber ist halt wieder zu viel nachher ne ja ja ich sag dir der Golem ich fand den Golem so sexy wenn der da so rausgekommen ist und mit dem dicken Bauch so den Schlag abgewert hat das Mietschild ja 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 das genau so Alter das fand ich geil Mann das fand ich geil aber so ja ich sag dir auch so ich würd sagen er ist okay er ist okay also nicht gut nicht schlecht ich find den einfach okay ne ich hatte schon öfter gehört der ist well balanced also der ist halt ja ja das safe das safe das ist gut ja also es ist nicht so wie mit dem Baden der der musste halt ja auch ein paar Mal noch überarbeitet werden aber beim Bersi äh ach beim Bersi beim Necromancer da läuft's ja ja safe haben sie eine gute Klasse rausgebracht aber ist ja auch alles zusammen mit der Community entschieden worden so ne also ne wo hast du das auch dass eine komplette Klasse einfach mal von Anfang äh von Konzept Beginn bis zum Ende ne alles dadurch gesprochen wird mit der Community und quasi die Community die das Ding erstellt hat so ne ja schon sehr geil ja ich sag dir ich hätte den äh solchen Doktor am meisten gefeiert aber ich glaube ja Necromancer ist halt so Community Liebling ne der war halt schon immer im Gespräch ja seit wann wann kommt der Paladin Alter das ist meine Frage Paladin damit wir noch eine Schildklasse haben und dann äh freue ich mich ja also dieses Jahr kommt bestimmt noch nur eine Klasse ja eine 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 wird bestimmt kommen ja ja glaube ich auch ich bin auch froh dass es nur eine ist ne und von mir aus sag ich dir auch ehrlich also wenn jetzt es fehlt ja jetzt noch eine Geschicksklasse und eine Stärke Klasse so damit wir wieder gleichmäßig sind so ey danach würde ich erstmal glaube ich ein bisschen chillen ja also weißt du also ich meine ich bin froh dass nur eine Klasse rauskommt jedes Jahr aber ich glaube ich würde danach echt einfach chillen ey die müssen nicht unbedingt übertreiben mit den ganzen Klassen das wird so zu viel also eine pro Jahr reicht meinetwegen auch dicke muss nicht mehr sein ja und wenn wir dann gleich ziehen würde ich glaube ich erstmal generell warten und nichts mehr raushauen ja an Klassen dann einfach irgendeine andere Sache machen also ich weiß auch nicht wie sehr sich das die Community wünscht beziehungsweise wie profitabel das für Player Games ist ähm weil ich glaube diese ganzen neuen Klassenthematiken ähm klar lockt das bestimmt wieder hier und da mal die neuen Spiele an oder mal einen neuen Serverstart zu spielen ja doch Alter also ich sag dir gerade das Ding also mit den Statistiken ja dass du jetzt sehen konntest wer der Beste von der Klasse ist ja okay das ist geil wie viele Leute da Necromancer gespielt haben auch so auf beiden Servern Aufholer sie haben da drauf gegeiert der beste Necroman zu werden und so ja ich hab so ein Format dazu äh bei mir und ey das keine Ahnung auf meinem Server sind irgendwie vier, fünf neue Necromancer aufholert die sind mittlerweile alle 350 ich denk mir ja okay krass hab da mal durchgezogen Jungs also das ist schon äh nicht schlecht und ich glaube das ist das dann ganz geil aber ja so trotzdem noch einmal zwei Stück also von Geschick eine Stärke eine und dann würde ich echt dann würde ich chillen würde ich es einfach so lassen dann haben wir zwölf Klassen ja dann muss ich zwölf Accounts spielen irgendwann alter ja ja gut ey ich würde aber auch sagen bevor wir uns hier noch mehr verquatschen ja safe machen wir mal heute für für ja für das Video Schluss wir haben jetzt hier ja eine Stunde 20 fast gequatscht hier also schon auf jeden Fall jetzt mehr als ich gedacht hätte ja ja es ist schon wieder so ein Zweiteiler eigentlich ja aber aber wie das immer so ist da steckst du nicht drin halber Stammtisch halben Stammtisch zu zweit gemacht hier heute ja ey muss auch mal sein ist ja auch ein Nachholen ja genau genau von dem Legendary Dungeon Stream so ein bisschen als als Nachholer dass wir euch das damals nicht liefern konnten weil wir da beide zeitmäßig halt ist halt über Weihnachten ist immer da knallt es ich denke mal da knallt es nicht für alle hier reden auch für die Zuschauer da hat halt niemand Zeit ne da sind es immer jeder jeder ist ausgebucht aber auf jeden Fall beim nächsten LD da geben wir unser Bestes einen Termin mal auszumachen und dann wieder ja reinzugehen in die Olga und dann auch wirklich diesmal den Zero Death Run einer von uns beiden muss ihn schaffen das so erzählt ja das wird so hart ja 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 das kriegen wir das kriegen wir vielleicht auch direkt am Anfang und dann ist das Ding einfach over das wäre episch ja das wäre episch so ein 10 Minuten Stream oder so ja das wäre krass ja egal aber wenn ihr das nicht verpassen wollt Leute einschalten ja lasst gerne beim Tunee auf jeden Fall auf Twitch auf YouTube ein Abo da Links sind unten auf jeden Fall in der Beschreibung und ja viel Liebe da lassen und wie immer natürlich auch in dieser Episode hat der Gast das letzte Wort bitteschön äh 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 dort saß cool äh oh man tschau Bis zum nächsten Mal.